Ja, eigentlich war es sehr schwierig am Anfang, weil es für mich sehr Fremde war. Wir haben einige Tests gemacht als Mithintergrund. Und dann hier, wir sehen so unterschiedliche Arten von dem Zeichnen. Wir haben auf dem Papier gezeichnet, mit Aquarell versucht auch zu probieren. Und auch danach, wir haben am Ende entscheidet, mit digitalen Zeichnen direkt und Bearbeitung von Textur und alles im Computer direkt machen wir. Aber trotzdem, diese Atmosphäre bleibt so wie ein handgearbeitetes Werk. Zum Beispiel das hier, wir können sehen eine Szene, wo die Shin als 16 Jahre Junge ist. Wir können hier sehen, dass Shin als ein kleiner Junge und der Prozess ist so, dass wir haben zuerst am Anfang nur gezeichnet. Das war einfach handgezeichnet, direkt digital als digital. Danach haben wir Textur gemacht und von den Schatten, von dem Licht und natürlich dann auch Bearbeitung in der Animation. Für mich war sehr wichtig, diese Person auch kennenlernen, zuerst im Meer drin. Ich bin in die Bibliotheke gegangen, verschiedene Orte, und habe versucht, die Bücher über Nordkorea zu finden. Und leider nur ein Buch habe ich gefunden, das war das einzige Buch, das wir hatten. Und auch das war ein total aufgepasstes Buch, nur ein paar, so wenig wie möglich, ein paar wenige Fotos und mehr Text, über wie man reisen kann oder solche Sachen. Und ja, im Internet war auch nicht so eine großartige Möglichkeit, es gibt es nicht auch. Ich weiß nicht, das war ein Glück. Ich bin ein Kind von Revolutionszeit in meiner Heimat. Und damals... Wo kommst du her? Ich komme aus dem Iran, original aus dem Iran. Und damals war es lustig, weil die Regierungen von Nordkorea und Iran, die konnten sich ziemlich gut verstehen. Wir haben viele Propagandafilme von Nordkorea auch gesehen. Und das war irgendwo in meiner Memorie hat es funktioniert. Und jetzt, ich habe dieses Gefühl gehabt, mit diesem Junge bin ich nicht so fremd. Ich kenne ihn aus einem Teil meiner Vergangenheit. Und es hat funktioniert am Ende. Au reinen